Kombination Das hier ist eine Übung, um die Geschwindigkeit deiner Bewegung zu trainieren, mit einem Wurf hoch und einem Wurf flach. Versuch die Bewegung so klein wie möglich zu machen und behalte immer den Ball in den Augen. Es ist wichtig, die Übung richtig mit der richtigen Technik auszuführen. Untertitelung des ZDF, 2020